Im Rahmen der Baby-Paketeaktion besuchte Bürgermeister Fritz Knutzer Karoline das 100. Baby des heurigen Jahres in Dreiskirchen und überreichte viele praktische Dinge für den neuen Erdenbürger. Ich bin sehr stolz. Die Karoline ist die 100. junge Dreiskirchnerin und ich glaube, dass es ein breites Angebot in der Kinderbetreuung gibt und das ist mit ein Grund, wieso wir seit über 20 Jahren eine positive Geburtenbilanz haben. Also da freue ich mich. Wir kommen gerade von einem Geburtstag einer Dame, die 99 Jahre alt war, haben wir gratuliert und da passt das mit dem 100. Baby-Paket oder mit dem 100. neuen Ehrenbürger natürlich ideal. Dieses Baby-Paket gibt es ja wahrscheinlich schon länger, nachdem das jetzt das 100. Baby ist. Das heißt, war der Bürgermeister jetzt bei allen 100 Neugeborenen in Dreiskirchen? Da muss ich jetzt nachdenken, aber ich bemühe mich immer dabei zu sein, vor allem 50., 75., 100. Wir schätzen, wenn der Geburten-Trend so weitergeht, dass wir heuer bis zu 140 neue Bürgerinnen und Bürger begrüßen können. Das freut uns, wie gesagt, durch die sehr breite Kinderbetreuung. Ob den ersten Lebensjahr kann man das Kind in die Karpelstube geben, ob zweieinhalb Jahre garantieren wir für einen Kindergartenplatz und ob die Schulpflicht auch mit einer Nachmittagsbetreuung, sodass beide Elternteile, wenn sie es wollen, auch nach der Familienvergrößerung ihren Einkommen und Arbeit nachgehen können. Sie haben gesagt, das Kleine hat es ziemlich eilig gehabt. Wie genau war das? Genau, wir sind am Abend ins Spital, waren uns nicht sicher, ob das jetzt schon die richtigen Wehen sind oder nicht, ob ich dort bleiben werde oder nicht. Und drei Stunden später war sie dann schon auf der Welt. Seit wann sind Sie denn in Dreiskirchen zu Hause? Seit zwei Jahren. Also vor zwei Jahren sind wir hierher gezogen. Von wo kommend? Aus Wien. Sind Sie bei der Geburt dabei? Ja. Was ist das für Ihr Erlebnis, wenn man das das erste Mal macht? Es war für uns beide das erste Mal. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, dabei zu sein, wie es auf die Welt kommt, wie es sofort zur Mutter raufkrabbelt. Es war schon ein einzigartiger Moment, ja. Neben Blumen haben Sie auch ein Babypaket bekommen, nämlich das hundertste. Was ist denn da alles drinnen? Schauen wir rein. Schauen wir rein. Wow. Das werden wir schon brauchen in rosa. Passt du, gell? Mal die richtige Farbe auf jeden Fall. Ja, genau. Es macht Lärm. Rassl, ja. Rassl und viel Gewand. Wow. Ist schon was Warmes. Wow. Nein. Ein bisschen. Zipfelmütze. Was ist das? Zipfelmütze. 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 Wir geben aber natürlich auch noch einen Gesundheitspass dazu. Das heißt, dass die Eltern auch alle Impfungen, alle Gewichte, Gewicht und Größe eintragen können, sodass sie auch in Zukunft diesen Gesundheitspass weiterverwenden können.